Blei Gut Sehr gut Platz Blei Sehr gut Tick Super Platz Bleib Uch Tick Nochmal Nicht ziehen, ne? Hier geht Zit 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 Bleib Zit 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 Wer geht was er tun soll, jetzt darf er, genau Das habt ihr toll gemacht, schon Zit Super Super. Warten. Es regnet. Okay, ist okay. Bend. Jawohl. Bend. Sehr gut. Und ich kann das eigentlich. J.J. Bend. Jawohl. Sag ihr einfach, was sie tun soll. Bleib. Anlangt. Ausstrahlen. Super. Lüben. Pappi, bleib. Bette, bleib. Anlangt. Lüben. 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 Dann sagst du Fuß. Fuß. Ohne Leckerli an der Hand? Jawohl. Drehst du da vorne, sonst einmal um, ist auch okay. Drehst du da vorne, sonst einmal um, ist auch okay. Drehst du da vorne. Und Maren? Zick. Super. Super. Jetzt von da. L für L für L. So, schick ihn bitte richtig jetzt. L. Ja. Sehr gut. Fütterst ihn runter, zu dir. Ich hab nur L gemacht. Und jetzt sagst, schickst ihn nochmal. L für L für L für L für L. Super. Jetzt mal Drehung auf diesen Kamm. L. L. Hieb. 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 Fein. So. Was muss ich noch? Gib. Gib. Hieb. Sehr gut. Komm her. Komm her. Platz. Platz. Bleib. Dammika. Hieb. 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 Ein bisschen weiter nach vorne gehen auf den Teppich. Ach, hier. Bedeихung ist heute quoting da. Aber dass du... Pistift ist beispielsweise hippisch. Ich mache es so ohne Futter und das Markerwort bei ihr auch so schön leise sagen, weil es sonst sein kann, dass er aufspringt. Ich glaube, mit Tophie hatten wir das auch schon mal gefilmt, oder? Ja, haben wir aber trotzdem. Können wir ja gleich nochmal machen. Gut, jetzt kannst du mit ihr auch noch Pfote geben. Ja, aber zwischendurch muss ich schon mal was haben. Warte mal, du musst auf Muggi kurz achten, dass wenn er fertig ist mit Kratzen. Warte mal, bis er mit deinem Marker, sag ihm nochmal, dass er sich wieder hinlegen soll. Platz, Platz, JT Platz. Jetzt markern und dann darfst du den Belohnen. Ich darf ihn gleich hierher, dann ist es gleich aufgestanden. Ja. Das war die falsche Richtung, JT. Superchatz. Superchatz! Klassiker, gut gemacht. Superchatz! Superchatz, super! Superchatz! Nimm ihn erst an deine linke Seite. Jawoll. Genau. Er muss erst richtig rumstehen. Super! Sehr gut. Machst du nochmal mit Leckerli oder wie? Nein. Steh. 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 Sehr gut. Steh. 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 Ja, das war schön. Da warst du gut mit deinem Marker. Klasse. Einmal noch. Weil das gerade so gut geklappt hat. Versuchen wir. Nein, lass mal. Ich tue es. Ja, ach so. Steh. 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 Jawoll. Steh. 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 Super. Steh. 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 Ein. Steh. Ja, das war schön. Hast du gefällt? Mhm. Ah. Mhm. Alle guten Dinge sind drei. Steh. Super. Steh. 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 Bleib. Steh. 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 3 2 3 3 3 3 3 3 Andere Hand? Nein, die andere. Jawoll 3 Geh mal ein Stück zurück, dass er auch auf der Platte dreht. Das geht ja. Twist. Twist. Jawoll. Twist, wenn du jetzt... Ja. Twist. 3 4 4 4